Ob Cowboy oder Marilyn Monroe, die Fantasie der Halter kennt keine Grenzen. Hier auf der Haustiermesse in Taiwans Hauptstadt Taipei. Die Highlights in diesem Jahr, Entspannung für die gestresste Hauskatze oder Laserakupunktur für Hunde. Anstatt Metallnadeln kommen Lasersonden zum Einsatz. Sie sollen chronischen Krankheiten vorbeugen. Auch dabei, Udang, die eineinhalbjährige Savanna-Katze, gehört zu den Stars der Messe. 20.000 Euro hat ihre Besitzerin für sie bezahlt. Ich habe so lange nach der richtigen Katze gesucht. Manche denken, ich sei verrückt. Ja, vielleicht bin ich das wirklich. Ihr Geld können Hunde- und Katzenhalter aber auch nach dem Tierkauf loswerden. Zum Beispiel hier in der Pet Republic. Chefin Catherine Zhang weiss, was den kleinen Hunden am besten steht. Ich mag meinen Hund so sehr. Ich ziehe ihm am liebsten glitzernde Kleider an. Und wenn das luxuriöse Hundeleben eines Tages doch zu Ende geht, vielleicht spendet diese Urne etwas Trost. Besetzt mit 4000 Swarovski-Kristallen kostet sie läppische 3000 Euro. Schnell wird klar, die Haustiermesse ist vor allem eines. Ein gutes Geschäft. Eine halbe Milliarde Euro, so viel setzt die Haustierindustrie im Jahr allein in Taiwan um. Nicht nur mit Dosenfutter oder Trockenfutter, sondern vermehrt auch mit diesen handgemachten Hundesnacks, die nicht nur dem Hund schmecken, sondern auch dem Herrchen. Ein bisschen trocken, aber sonst ganz gut. Für Sonntag aus Taipei, Martin Altrawandi. Für Sonntag aus Taipei, Martin Altrawandi. Untertitelung des ZDF, 2020